Ähm, ein kleiner Test von meinem Miwok-SB... ...500? Äh, keine Ahnung, ich guck mal auf die... Also... ...SB-210... ...um's genau zu machen... Äh, wie man sehen kann... ...zwei sehr schöne Tieftöner... ...25cm... ...das Stück... ...dann noch ein Mitteltöner und ein... ...Hobtöner... ...spiel das natürlich zweimal... ...angeschlossen an einen Sony-Verstärker... ...muss dann über die PS3 laufen... ...ist zwar nicht das Stolzste... ...wäre über... ...nen PC... ...wäre über eine Soundarte noch besser... ...aber... ...naja... ...und ich werde das liebst... ...von... äh... ...lesen die Züge nochmal... ...was weiß ich was... ...auf jeden Fall Like the G-Six... ...ist auch scheißegal... ...dann mal gucken... ...bass ist voll aufgedreht... ...ne... ...und ich werde tror У porch... ...und einen Schenzen sch ...und ein G-Six... ...und dann ist der Wege noch... ...und dann immer wiedermouthed... ...und dann auch mal gedreht... ...und dann auch noch mal... ...un dann auch weiter wegklar... ...un dann in die Ske Goodnight... Aua! Aua! Ui! Aua! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020